So, herzlich willkommen zu unserer mittlerweile, ja, ist die dritte Podcast-Folge. Herzlich willkommen an alle Spotify-Zuhörer da draußen. Herzlich willkommen hoffentlich dann irgendwann auch mal an Apple-Zuhörer. Ich hab's immer noch nicht, oder Apple macht mir immer noch Probleme, sorry dafür. Und natürlich auch an alle YouTube-Zuhörer oder Zuschauer. Und an alle in der Community von Benji, von mir, von René. Herzlich willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge. Wie ihr seht, wir haben immer noch kein richtiges Intro. Können wir immer noch drüber reden, irgendwann mal. Und erst mal so an euch die Frage, wie geht's euch da draußen? Also euch zwei natürlich. Ja, mir geht's super. Ich kann mich nicht beklagen. Ich hab viel gearbeitet heute und bin jetzt heiß auf den Podcast. Ja, mir geht's soweit auch super an der Stelle. So könnte ich besser sein, schöner sonniger Tag, gemütlich. Man geht seinen Hobbys nach, bisschen arbeiten, läuft. Supi. Ja, wir haben auf jeden Fall schon mal gutes Feedback, schon mal so am Rande. Das ist jetzt gerade die zweite Aufnahmesession, die wir hier machen. Wir haben gutes Feedback von euch da draußen bekommen. Ich hab auch ein negatives Feedback bekommen. Das hab ich aber selber nicht geblickt. Und zwar hab ich mich in der ersten Folge, die Vorstellungsfolge hieß, mich gar nicht vorgestellt. Ja, das stimmt. Ja, das war ein gutes Feedback, was ich da bekommen hab von außen. Ich hab's aber auch nicht gecheckt. Ja, das holen wir irgendwann mal nach. Die meisten kennen mich vielleicht. Also, das holen wir irgendwann mal nach, wenn's zu gegebener Zeit kommt. Wir wollen jetzt auch nicht zu viel Zeit verlieren. Wir haben heute ein interessantes Thema. Nachdem wir erst das Vorstellungsvideo, dann so ein bisschen über Vergangenheit und sowas geredet haben, geht's heute um das Thema Sucht. Sucht kann man viel definieren. Jeder hat so seine anderen Belange. Deswegen, denk ich, wird es heute ziemlich interessant werden, der Podcast. Auch wie, im Endeffekt, wie kann man Sucht vielleicht auch bekämpfen? Was haben die anderen zwei für Erfahrungen? Was hab ich für Erfahrungen so mit Thema Sucht gemacht? Also, wir gehen jetzt hier nicht in was weiß ich was rein. Aber so das Grobe halt, so was jeder wahrscheinlich so kennt. Und ich weiß nicht, will jemand von euch anfangen? Oder soll ich anfangen? Oder wie wollen wir's machen? Das Schlimmste kommt zum Schluss. Ich fang nicht an. Ich weiß gar nicht, ob wir das so... Wir können ja einfach so Real Talk machen, wie wir es vorhin eigentlich schon gemacht haben, bevor wir aufgenommen haben. Also, im Grunde genommen, ich kann ja mal das Eis brechen. Also, Sucht ist für mich eigentlich so eine Sache. Ich bin jemand, der potenziell sehr schnell nach etwas süchtig werden kann. Also, das ist einfach dadurch definiert, dass, wenn ich echt Bock auf irgendwas habe, dann mach ich das. Und auch relativ krass übertrieben. Also, das fängt bei einfachen Dingen wie Musik hören schon an. Also, wirklich ganz einfache Dinge. Wenn ich ein Lied höre, was ich richtig geil finde, dann suchte ich dieses Lied. Dann höre ich das irgendwie fünfmal hintereinander, teilweise über mehrere Tage hinweg, stundenlang am Stück, wo andere dann schon denken, ist der bekloppt, hört der mal dasselbe Lied? Und ich versuche dann, mir meistens noch zwei, drei andere Lieder rauszusuchen, dass ich nicht wenigstens nur eins auf Dauerloop habe. Aber so ist das dann bei mir. Ich muss dieses Lied einfach, ich bin dann süchtig nach diesem Lied, wenn ich es richtig cool finde. Und es ist jetzt sogar vor kurzem gerade so eine Phase gewesen mit dem geilen Wetter und dann so einen richtig schönen Reggae-Song entdeckt, den ich vorher noch nicht kannte. und dann die ganze Zeit diese drei Lieder gehört. Und meine Frau dachte sich schon, ey, ist der bekloppt oder was? Naja, und das ist im Prinzip bei allen Dingen so bei mir persönlich, dass wenn ich irgendwo richtig Bock drauf habe, irgendein Computerspiel beispielsweise oder auch auf Arbeit, wenn ich auf Arbeit bin und ich sitze an einem Problem und es hat mich gerade richtig gepackt und ich denke mir, ey, fuck, ich will das jetzt lösen, ich will das jetzt lösen, dann ist mir das auch egal, wie viele Überstunden ich mache, dann bleibe ich da so lange dran, bis ich dieses beschissene Problem löse, wenn mich das halt packt. Also es muss halt schon auch interessant sein, es kann nicht irgendein Mist sein, es muss halt irgendwas sein, was mich wirklich catcht. Und dann, ja, dann setzt das halt bei mir so ein. Und das ist eigentlich bei allem so und natürlich dann halt auch zum Beispiel bei Dingen wie Kiffen. Ich habe früher durchaus auch mal gekifft, aber es gibt dann immer so Momente, wo ich dann auch sehe, also jetzt bei Musikkönnen ist es nicht so schlimm, aber bei Kiffen ist es natürlich schlimm, wenn es dann ausartet. Das ist natürlich nicht gut, das ist natürlich nicht gesund, weder für die Lunge noch auch fürs Gehirn. Wenn man ständig nur total bräsig durch die Weltgeschichte läuft, ist es halt auch kacke, was ich jetzt nie gemacht habe. Aber das kann ja dann dazu führen, wenn man jetzt so ein Suchtpotenzial hat. Und ja, da bin ich dann im Grunde genommen eigentlich immer an den Stellen diszipliniert genug, dann zu sagen, so hier, stopp. Auch übrigens beim normalen Zigarettenrauchen. Ich habe tatsächlich mal, ich weiß nicht, wie krass Real Talk wir hier machen, aber mal aus Liebeskummer eine Zeit lang richtig geraucht. Also richtig selber losgegangen, Zigaretten gekauft, was ich sonst nie gemacht habe. Immer Partyraucher, immer so ein Schnorrer nur gewesen. Und dann richtig selber Zigaretten gekauft und habe halt geraucht. Und irgendwie nach einem Jahr oder so, habe ich mir gedacht, Benni, ey, was machst du da? Das ist so eklig. Deine Hände stinken, deine Zähne werden gelb. Alles ist so eklig. Und ich habe einfach von heute auf morgen so einen harten Cut gemacht und habe es komplett aufgehört, weil es mich einfach auf einmal angewidert hat. Aber das ist krass, vor allem Thema Rauchen oder so, dass du da einfach aufhören konntest. Ja. Wie sieht das da bei dir aus, Manuel? Ja, also es ist halt nicht so leicht. Also es gibt so Sachen, die kann man halt nicht so leicht aufhören. Und ja, da gehört es auch dazu, so ehrlich muss ich sein. Ja, ist halt so. Ist halt verdammt schwer. Aber ich finde, klar, es ist eine Abhängigkeit und sowas. Es gibt aber dann auch noch so andere Sachen, um jetzt mal ein Negativbeispiel, man kommt halt von manchen Sachen so wie das halt jetzt nicht so wirklich weg. Es gibt aber dann auch andere Sachen. Gehe ich jetzt mal zu mir ein bisschen über. Oder warte, Gegenfrage ganz kurz, Benji. Muss man dich darauf aufmerksam machen oder kommst du von selbe da jetzt irgendwie drauf, dass du möglicherweise, ich sag jetzt einfach mal, ein Problem oder Sucht irgendwie was hast? Ja, also ich komme da, also mir ist das durchaus sehr bewusst. Also weil ich, weil ich zum Beispiel auch, also gerade jetzt zum Beispiel auch beim Thema Computerspielen, also ich zocke halt gerne und jetzt zum Beispiel aber auch schon seit drei Wochen wieder gar nicht, weil ich einfach im Moment ein kleines Kind habe, um das ich mich kümmern muss und so weiter. und da habe ich einfach gar keine Zeit im Moment. Aber ansonsten merke ich das schon, weil mein Körper sendet mir halt auch relativ eindeutige Signale beim Zocken, auch richtig krasse Kopfschmerzen, wenn ich zu viel vorm Bildschirm hänge. Und auch bei damals, wo es anfing mit Krypto, da war ich definitiv auch kryptosüchtig. Ich war ja nur noch eigentlich am Chart und ich meine, du hast die Zeit selber miterlebt. Du warst, wir haben quasi, also ich habe ja kurze Zeit später angefangen als du, aber ab da, du hast die heiße Phase von mir live miterlebt. Das war die krasseste Kryptophase bei mir und ich habe eigentlich ja auch nur noch, nur noch in der Telegram-Gruppe, nur noch Charts, nur noch dies, nur noch das und irgendwann habe ich halt gemerkt, weil ich auch einfach irgendwann gar nicht mehr geschlafen habe, weil ich so nur noch am Traden war, dass ich teilweise vier Stunden Schlaf noch hatte pro Nacht und das ging natürlich dann irgendwann nicht mehr, weil sagt irgendwann der Körper so, Halt, Stopp, jetzt rede ich. Und dann merke ich das schon und dann höre ich auch, in der Konsequenz reduziere ich dann häufig auch. Nicht immer sofort, aber dann irgendwann doch. Das ist aber auch ein guter Punkt, weil das Gleiche hatte ich im Endeffekt ja auch. Also Krypto ist das eine, aber die Abhängigkeit, die da, gut, ich mache es jetzt mit YouTube und allem drum und dran, das ist dann nochmal was anderes, das ist irgendwie dein Beruf dazu geworden, aber so vor allem in der Anfangszeit. Ich meine, du kennst mich noch, wo ich überhaupt kein YouTube gemacht habe, wo ich im Endeffekt auch nur ein Dulli in der Telegram-Gruppe drin war und ich war ja auch gefühlt 24-7 und ich glaube, das geht vielen am Anfang so. Dann bist du so in deinem Trading-Ding, vor allem startest du dann so in den Bullrun rein, die Kurse steigen, dann gehst du kurz vorm Pennen oder willst Pennen, gehst noch einen Trade ein, das ist sowas von gefährlich und auch ich habe das so gehabt, dass ich dann teilweise nicht pennen konnte, weil ich einfach so im Kopf hatte, scheiße, was passiert jetzt mit meinem Trade, geht der jetzt im Minus, bin ich dann, klar, du hast einen Stop-Loss oder vielleicht hatte ich am Anfang keinen Stop-Loss, weil, keine Ahnung, du bist einfach so in diesen Intuitösen, ach, keine Ahnung. Ich kann mich noch dran erinnern, wir haben teilweise abends zusammen noch Trades aufgemacht, ich kann mich an unseren legendären Short erinnern, den wir voll in den Sand gesetzt haben, zusammen an dem Abend. Ja, und dann gehst du pennen und dann denkst du dir einfach so, oh, scheiße, ey, was hier ist mit einem Trade, doch nochmal kurz die Charts checken oder so und dann früh das Erste, was du machst, guckst auf einen Chart und so, das mache ich heute noch und da muss ich auch selber, das ist auch wie eine Sucht, aber andererseits, bei mir, ich habe es jetzt mittlerweile so, Chart-mäßig oder so, habe ich es unter Kontrolle, weil ich mich einfach selber, da kommen wir dann irgendwann das Thema Mindset dann mal mit einem anderen Video wieder oder Podcast halt wieder, aber das hat halt schon viel auch mit Kopfsache dann zu tun, dass du auch versuchst, da irgendwie wieder wegzukommen und bei mir ist es dann halt auch noch so, habe ich mir jetzt auch mal, ich habe mir so ein paar Punkte aufgeschrieben für alle da draußen, das seht ihr nicht, auch so mit Handy und Informationssucht und vor allem im Cryptospace ist so diese Informationssucht, ja, hier News, da News und dann bist du, ich bin vor allem Handy-Trader beziehungsweise viel am Handy, ich habe teilweise Bildschirmzeiten, vielleicht blende ich das dann auch hier mal ganz kurz ein, ich habe Bildschirmzeiten in meiner Hochphase gehabt von 14 bis 16 Stunden am Tag und davon bist du auch mal ein paar Stunden nicht am Handy, da arbeitest du auch mal, da bist du mal auf dem Klo, um das mal so ehrlicherweise zu sagen und trotzdem hast du überall dein Handy und das ist halt schon krankhaft, ne und da hat mich keiner so wirklich drauf aufmerksam gemacht, bin ich jetzt auch mal ehrlich, also nicht wirklich direkt angesprochen, weil viele halt auch wissen, okay, machst mit YouTube und sowas, das ist dein Job, aber wenn du das dann so siehst und es gibt ja auf Handys, die tracken das ja im Endeffekt alles und wenn du es dann aktivierst und dann siehst, oh, deine Bildschirmzeit letzte Woche war 15 Stunden täglich, es ist einfach krank und da muss man dann auch irgendwann zu sich selber ein bisschen stehen, das gilt glaube ich auch für jede Art von ein bisschen Sucht, dass man Selbsterkenntnis ist, oder Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, aber da muss man halt auch ein bisschen aktiv werden beziehungsweise es auch wollen, beziehungsweise in dem Maße wollen, dass es halt jetzt nicht in dein Leben mehr eingreift so direkt, weil 15 Stunden ist echt häppig und happig und ich glaube, das sind so Dinge, die haben viele heutzutage, ich meine, wir haben TikTok, das ist mittlerweile, würde ich jetzt auch sagen, bei vielen eine Sucht, einfach nur dieses rumgescrollen, 15 Sekunden Videos angucken, mehr nimmt das Hirn ja mittlerweile gar nicht mehr auf, es wird ja uninteressant, wenn irgendwelche Sachen länger als 15 Sekunden dauern und generell Social Media Sucht, wir haben, Kryptosucht kann man vielleicht auch da mit reinbringen, ganz ehrlich, da gibt es viele, viele andere Sachen und da muss man sich dann halt auch mal selber eingestehen, man muss es aber auch wollen, aber wenn so, ich sage jetzt mal, dein Umfeld genauso ist, ich meine, lauf mal durch die Stadt, jeder nur noch am Handy, 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 oh, guck mal das TikTok, ey, guck mal das Video und sowas und ich weiß auch nicht, ob das wirklich gesund ist auf Dauer, es hat möglicherweise Einfluss, Familie, Freunde, selber auf die Persönlichkeit, hockst du nur noch daheim, gehst du überhaupt noch raus, ey, guck mal da, das Video und sowas, will da jetzt nicht zu viel rumspoilern, aber ich denke, das seht ihr beide da genauso, oder? Ja, auf jeden Fall, so man sieht, die meisten Menschen hängen permanent am Handy, so kaum ein Mensch geht irgendwie noch raus und hält sich nicht so, ich meine, ich gehe selber nicht raus, aber das hat quasi am Ende des Tages andere Gründe, nee, ich mag das einfach nicht, unter diesen ganzen Menschenmassen zu sein, so mal als kleine Abschung an der Stelle, ich fühle mich bei den meisten Menschen nicht wohl, so keine Ahnung, worüber soll ich mich mit 95% der Menschen unterhalten, 95% von den 5%, mit denen ich mich unterhalten würde, hängen eh 95% ihrer Zeit am Handy und wenn sie sich dann unterhalten wollen, dann wollen die sich über Smalltalk, Larifari, ja, wie ist das Wetter, ich lasse da hier über meine Kollegen, ich lasse da über meine Kollegen reden, so und das ist einfach nicht meine Welt. Ich meine, ich muss wahrscheinlich selber von mir behaupten, ich bin sehr schwer sucht krank, ähm, das kann man jetzt so und so interpretieren, es ist jetzt nicht Kokain, Heroin oder sonst irgendwas, aber das hat bei mir, wenn ich wirklich langfristig zurückdenke, und dazu erzähle ich jetzt gleich auch eine kleine Anekdote, ihr werdet euch kaputt lachen, so, anfangen tut das ja schon mit dem Zucker, in der Kindheit und Jugend, so, Zucker ist ein größerer Suchtmacher als Heroin, Kokain und so weiter und so fort, Zucker ist das Schlimmste überhaupt, das kann man sich nicht vorstellen, aber das ist einfach so, das gibt eurem Gehirn so einen Glücksschub von jetzt auf gleich und das fürs Nichtstun, diesen Glücksschub hat sich euer Gehirn faktisch gesehen gar nicht verdient und ich hatte stellenweise früher, da muss ich jetzt selber noch drüber lachen, stellenweise immer so kleine Süßigkeiten-Dingerchen unter meinem Bett gewunken kann und hab die zwischendurch immer gegessen, weil ich so zuckersüchtig gewesen bin, ich meine, ich muss dazu sagen, ich hab in der fünften und sechsten Klasse damals auch 70, 80 Kilo gewogen, das von dem, was ich heute wiege, also, ich war wirklich richtig dick, klumpig und so, was jetzt nicht abwerten oder so klingen soll, war halt so, ich bin halt richtig zuckersüchtig gewesen und aufgrund von privaten Umständen, ja, okay, hängst du mal hier mit Freunden ab, hängst du mal da mit Freunden ab, die haben dann viel gekifft und so, ich hab früher auch 10, 12 Jahre lang leistungsmäßig Sport gemacht, Sport ist an der Stelle auch ein Suchtmacher, ich hab leistungsmäßig Badminton gespielt, ich war montags beim Badminton-Training, dienstags Conditraining, mittwochs Badminton-Training, donnerstags Badminton-Training, freitags Badminton-Training, samstags Badminton-Training, ging samstags dazu dann manchmal noch ein Spiel und sonntags dann noch ins Gym. Das war dann stellenweise manchmal auch so meine Zeit, ich sag mal siebte bis zehnte Klasse ungefähr. Dann, wie gesagt, mit Freunden rumgehangen, Shisha geraucht, die Leute haben gekifft und dann hab ich auch gekifft, ich hab auch sehr, sehr viel gekifft, so meinetwegen, ich weiß nicht, wie die anderen das sehen, da können wir bestimmt nochmal eine komplette Folge drüber machen, denn bei mir ist das wirklich Tatsache dermaßen ausgeartet, ja, Gramm am Tag war normal, Minimum, eher mal so zwei oder drei und dann hat man sich normal gefühlt, stellenweise so, das ist auch so gewesen, stehst du morgens auf, rollst du als erstes mal ein, gehst einen rauchen, dann fährst du zur Arbeit, auf der Arbeit, ja, bist du morgens der erste da, fährst du Maschinen schon mal hoch, machst du den ganzen Scheiß schon mal fertig, der erste chemische Ansatz, das läuft, ja, hast du ja noch ein Stündchen, bis Kollegen kommen, gehst du den nächsten eben, stellen draußen rauchen, so wunderbar, dann ziehst du deinen Arbeitstag fertig durch, kommst nach Hause und rauchst erst mal ein, so, also bei mir ist das wirklich Tatsache sehr, sehr extrem gewesen, mittlerweile kiffe ich auch nicht mehr, an der Stelle, ich kann mir vorstellen, dass das bei mir halt auch, ich gehe da jetzt auch nicht zu tief ins Detail rein, aber viele andere psychologische Ursachen hat, wie sowas halt, tralala, aber ihr müsst mit sowas von A bis Z wirklich aufpassen, genauso ist das selber auch mit dem Rauchen gewesen, dann vom Kiffen kommt man halt auch zum Rauchen so, hat man eine Zeit lang mal aufgehört zu kiffen, ja, um Kiffen kommt man zum Rauchen, das ist gut, bei den meisten ist es ja auch nicht mehr, das stimmt, nee, bei mir war es andersrum, ich war schon immer so ein kleiner Sonderling, so durch meine Heroinabhängigkeit bin ich dann irgendwann auch zu Tabak gekommen, du klingst ja schon fast wie unsere Politiker da draußen, ist auf jeden Fall eine extreme Zeit gewesen und dann hast du halt eine Zeit lang aufgehört zu kiffen und ja, so ein großes Päckchen Zigaretten in zwei Tagen war halt stellenweise manchmal dann auch normal, ne, so weil du irgendwas anderes brauchtest an Abhängigkeit und so weiter und jetzt versuche ich es größtenteils sein zu lassen, auch Kaffee und so, ich kann mir stellenweise auch nicht mal einen Döner-Teller reinziehen, also ich kann es schon, ich mache es auch gerne, aber ich merke selber bei mir, wie ich richtig süchtig und abhängig noch sowas werde und danach in so eine depressive Down-Phase reinkomme. Wenn ich schon weiß, auch gibt es wieder Couscous-Salat. Ja, Fett als Beispiel. Es ist wirklich so, also auch das, was du mit Zucker angesprochen hast oder Kaffee, ich würde jetzt erstmal kurz auf das Zucker-Ding eingehen, Zucker ist mit eigentlich die Allgemeindroge, wenn wir das mal wirklich so sagen, also als Droge ist jetzt ein bisschen hart. Bier in Deutschland. Was? Bier in Deutschland. Ja, oder das, aber Zucker ist halt einfach krankhaft, du wirst wirklich von Kindheit erzogen. Versuch mal, ich habe das wirklich mal damals, ich glaube drei bis sechs Wochen versucht, wirklich ohne Zucker zu leben. Geh mal in den, geh mal in irgendeinen Einkaufsladen, in irgendeinen Supermarkt und versuch dich mal eine Woche fast nur, also außer jetzt Gemüse oder so, aber versuch dich mal eine Woche von Zucker loszulösen. Es ist krass, wie in fast allem ist irgendwie Zucker drin, egal in was, es ist wirklich Zucker drin, auch wenn es nur, damit es länger haltbar ist oder so, aber es ist Zucker drin und ich habe es dann wirklich versucht, ich habe mich dann wirklich einseitig ernährt und du merkst dann so nach zwei, drei Wochen wirklich, du hast einen Zuckerentzug, aber was für einen Zuckerentzug, du wirst richtig nervig, du wirst einfach komplett, ja, du bist einfach ein anderer Mensch, aber das ist dann genau diese Phase, wo dein Körper komplett diesen Entzug einfach spürt, aber du wirst halt auch teilweise unausstehlich, also es wurde dann auch zu mir gesagt. Was meinst du denn jetzt mit Zuckerentzug, meinst du auch so richtig Stärke, also auch keine Kartoffeln und so, weil da kommt ja dann auch am Ende Zucker bei raus, also wirklich mal versucht, Low Carb, kein Zucker, also wirklich alles weggelassen. Das würde ich nicht schaffen, ich habe tatsächlich sowas ähnliches probiert mal auch, das funktioniert bei mir einfach nicht, ich kriege richtig Kopfschmerzen, also ich kriege auch richtig Kopfschmerzen. jetzt ist ein guter Übergang zum Thema Kaffee, ich habe am Tag drei bis vier Tassen Kaffee täglich getrunken und ich habe das Zeug weggepumpt wie Wasser, bis ich dann irgendwann gecheckt habe, Alter, es bringt mir einfach nichts, es hat mir nichts gebracht, dass ich Kaffee trinke, im Gegenteil, irgendwie ist dieser Effekt dann einfach verflogen, dass du ja angeblich wacher früh morgens, das erste, was du machst auf nüchternem Magen, erstmal einen Kaffee, ist die beschissenste Idee eigentlich, was du deinem Körper da draußen eigentlich noch antun kannst, nur mal so nebenbei, ich bin jetzt hier kein Ernährungsberater, aber es ist wirklich nicht gut und ich habe auch ewig gebraucht, um davon wegzukommen, dass ich überhaupt mal sage, ey, okay, ich trinke nur noch einen Kaffee oder so, hat lange gedauert, aber da jetzt mal so ein bisschen Lösungsansatz, so Step by Step, ich habe dann wirklich gesagt, okay, eine Woche nur noch zwei Kaffee am Tag, dann nur noch eine Woche einen Kaffee am Tag und dann nur noch alle zwei Tage Kaffee am Tag, bis ich jetzt wirklich endgültig weg davon bin und einfach mal umgestiegen bin, trink früh einfach mal Wasser mit Zitrone, es ist saugein und du fühlst dich einfach viel, viel fitter, als wenn du drei, vier Kaffee dir am Tag reinjagst und es ist besser für einen Geldbeut. Also eine Win-Win-Win-Situation, ja. Ja, ist so, aber man muss es halt dann auch erkennen. Das ist halt dieses Ding auch mit Kaffee, es ist was Alltägliches. Es ist ja jetzt nicht so, dass es was Böses ist, wenn du drei, vier Kaffee am Tag trinkst, aber ob das halt wirklich so gesund dann auch für deinen Körper ist, sei einfach mal dahingestellt und das ist halt diese Einsicht, die man braucht, das sind die kleinen Dinge, wenn man einfach mal so, auch ihr da draußen jetzt einfach mal, einfach mal so ein bisschen über euer Leben so nachdenkt, okay, so alltäglich mal, beobachtet euch vielleicht mal ein bisschen mehr, was macht ihr so den ganzen Tag, vielleicht doch ein bisschen viel am Handy, vielleicht da mal ein bisschen rumschrauben, hat das Effekte irgendwie auf euch selber, merkt ihr, okay, ich kann jetzt zum Beispiel nicht ohne TikTok, es gibt Leute in meinem Umfeld, die haben jetzt zum Beispiel Instagram oder TikTok gelöscht, einfach um davon wegzukommen, weil sie sagen, ey, es bringt mir nichts. Es ist im Endeffekt nur 99% Schrott, was da drin ist, es bringt dich nicht weiter, es bringt dir nichts, es ist im Endeffekt einfach nur Langeweile, Beschäftigung, mehr ist es nicht. Vielleicht hilft es euch da draußen auch. Weiß nicht, habt ihr noch irgendwelche Vorschläge oder wie seid ihr, sag ich mal, teilweise von euren Dingern weggekommen oder habt ihr da irgendwie Vorschläge für die Community da draußen. Mal ein ganz, ganz interessanter Punkt. Glaubt ihr stellenweise, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass ihr angefangen habt mit Traden, dass ihr auf sowas achtet und dass ihr davon wegkommt? Ja. Weil ich persönlich sage für mich definitiv, durch das Traden, Traden ist stellenweise der mental anstrengendste Job der Welt. Vor allen Dingen, wenn ihr versucht, Scalpen, Swing Trading und Positioning Trading zu mischen. So, da merke ich stellenweise selber, wie ich mich zur Zeit so ein bisschen confuse, weil ich das so ein bisschen versuche unter einen Hut zu bringen und das ist echt anstrengend. Aber dadurch lernt ihr, euch in der dritten Position zu beobachten, aus meiner Sicht, um rückwirkend eure Fehler zu analysieren. Ja, nee, das ist tatsächlich bei mir nicht durchs Traden gekommen, dass ich das selbst, dass ich das selbst reflektiere, dass es, ja, wie gesagt, wie ich vorhin schon meinte, mein Körper sendet mir da relativ schnell eindeutige Signale, auch beim Kaffee beispielsweise. Er schmeckt richtig geil, ich habe ihn irgendwann, ich habe, ich war nie Kaffeetrinker, ich habe bei, als ich bei VW gearbeitet habe, hat mein, mein Projektleiter, der hat immer Kaffee getrunken und der hat mir dann halt immer von sich einen Kaffee angeboten und dann habe ich irgendwann gedacht, ach komm, kann sie jetzt auch nicht immer Nein sagen, ist auch irgendwie blöd, wenn der dieses jedes Mal anbietet und so. Dann habe ich irgendwann halt auch morgens einfach einen Kaffee mitgetrunken, einfach aus Geselligkeit ein bisschen und habe dann angefangen, irgendwann Kaffee richtig auch zu mögen und dieser Kaffeegeruch morgens, das ist ja auch schön, also ich finde ihn immer noch sehr angenehm, aber wie Manu schon sagte und bei mir war das einfach dadurch, ich wurde durch Kaffee meistens nur nervös, also richtig nervös, richtig hibbelig, richtig aufgekratzt und nicht, das hat nichts mit Wachsein zu tun, also in meinem Fall zumindest, nur mit Nervosität und dann habe ich einfach irgendwann gedacht, lass es, es bringt dir nichts, es macht dich nervös, es ist auch, weil ich so ein kopfschmerzanfälliger Mensch bin, ich habe dann auch schneller eher dann wieder Kopfschmerzen bekommen, wenn ich Kaffee getrunken habe, durch die Nervosität und dann habe ich es einfach irgendwann wieder sein lassen und trinke einfach morgens jetzt einen Tee, zwar mit Zucker, also wo wir bei der anderen Ersatzdroge Zucker, aber ja, aber ja, bei meiner Mutter ist das auch ganz schlimm, wenn die morgens keinen Kaffee kriegt, dann kriege ich die Kopfschmerzen, wenn die bei uns sind, meine Eltern mal uns besuchen, dann sehen wir zu, dass wir Kaffee im Haus haben, extra für meine Eltern, weil meine Mutter kommt ohne Kaffee morgens nicht klar, aber die ist auch schon über 80, die darf das, das ist egal, da herrscht Nachenfreiheit, richtig, nee, also bei mir war es wirklich auch ein Thema, wo ich dann halt im Endeffekt auf Krypto dann gekommen bin, im Endeffekt habe ich halt viel auch an mir halt dann auch gearbeitet und dann durch, ja halt auch so ein bisschen mal Selbstreflektion gemacht, aber das ist kein Ding, was du jetzt innerhalb von ein, zwei Wochen, nur weil du jetzt sagst, okay, du tradest jetzt, dass das dann erledigt ist, das stimmt nicht, das ist ja schon oder dauert eine sehr, sehr lange Zeit, bis man da mal vielleicht selber drauf kommt, aber es ist lieber spät als nie, dass man darauf kommt und vielleicht was ändert, als das immer einfach so weiterlaufen zu lassen. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren, ich bin jetzt wieder raus. Nee, aber... Langwieriger und fließender Prozess. Ja. Und nee, was ich eigentlich dazu noch sagen wollte, man sieht einfach daran, dass so Suchtprobleme, auch bei so Kleinigkeiten wie Kaffee, Zucker im Endeffekt schon anfangen, es muss nicht immer Drogensucht oder so sein, aber alle haben eigentlich so mit den gleichen Problemen zu kämpfen, beziehungsweise da auch dann wieder irgendwie wegzukommen. Also man sieht, auch die kleinsten Sachen könnten eine Sucht auslösen, deswegen vielleicht mal teilweise, was ich schon gesagt habe, selbst hinterfragen, vielleicht mal im Umfeld nachfragen, ist vielleicht auch mal ganz gut, fällt euch was auf an mir? Habe ich vielleicht ein Problem mit irgendwas? Keine Ahnung. Ja, jetzt fällt dir was auf an mir. Genau. Nee, aber daran seht ihr das einfach und vielleicht einfach mal selber darüber nachdenken und ja, ich würde sagen, war eine gute Folge eigentlich. Habt ihr sonst noch irgendwas zu sagen oder sonst würde ich nämlich... Nee, ich wollte gerade fragen, hast du die Zeit im Blick, weil... Ich hab die Zeit im Blick, passt. Das ist gut. Immer. Nee, gut. Wenn ihr auch nichts mehr habt, dann würde ich sagen, vielen Dank wieder fürs Zuhören da draußen. Ihr könnt gerne jederzeit wieder eure Vorschläge entweder in die Telegram-Gruppen reinstellen, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt für andere Podcast-Folgen. Ihr habt schon ein paar Vorschläge bekommen, wie gesagt, sehr, sehr gutes Feedback. Schreibt es gerne rein, lasst dem Podcast gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung oder was weiß ich, kommentiert, was weiß ich. Teilt das Zeug, liked uns, was weiß ich, macht, was ihr wollt. Und nee, dann war's das. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Wir hoffen, es hat euch natürlich gefallen. Und die letzten Worte habt ihr, ich weiß nicht, wir haben immer noch kein Ende-Slogan. Wir brauchen mal irgendwie was, was wir zum Ende sagen. Ja, okay. Boing, flip. Was? Boing, flip. Okay, ja. Gutes Schlusswort. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.